Ja, hallo YouTube-Land! Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video schauen wir uns mal an, was die Firma Nordmende oder eher Technisat heute als schönes Retro-Radio auf den Markt bringt. Und zwar ein Retro-Modell von diesem hier, dem Transita. Nennt sich Transita 130. Ja, wir gucken uns mal die Features an, was es alles so kann, was es vielleicht alles nicht kann. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran! Bis gleich! In einem meiner letzten Videos habe ich mir mal die Geschichte von Nordmende angeschaut. Wirklich interessant. Baute in Bremen Radios, Fernseher, Videorekorder, mehr oder weniger zusammen. Ein anderes Retro-Radio, den Heinzelmann von Grundig, habe ich auch schon mal angeschaut. Das Modell habe ich bei mir zu Hause. Und ich kann es empfehlen. Optisch ist es gut. Ob es wirklich eine Collector-Series ist, weiß man nicht. Ja, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und weil ich Retro-Radios mag, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht gucke ich mir mal ein anderes Retro-Radio an. Und zwar das von Nordmende. Das von Grundig hat nämlich schon viele schöne Features. Wir Zeit für ein zweites Retro-Radio. Und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Das ist nämlich der Transita 130 von Nordmende. Nordmende gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Aber den Markennamen hat sich die Firma Technisat gegriffen. Und die kommt auch aus Deutschland und produziert auch noch in Deutschland selber. Platinengeräte und so weiter. Ja, ich habe mir das Modell nicht in rot gegönnt, sondern das Modell in beige. Kam ja gut verpackt. Und wir schauen uns jetzt mal an, was da alles drin ist. Zunächst kommt das Radio in so einem Beutel, in so einem Schutzbeutel verpackt. Das finde ich schon mal gut. Und links und rechts sind so eine Pappteile, die das Gegenwackeln und Seitenschläge schützen sollen. Dabei ist auch eine Bedienungsanleitung. Die ist recht gut aufgemacht. Tablettern wir gleich mal gemeinsam durch. Ein Netzteil, ein vernünftiges, was für extern DC 5,9 Volt mit 3000 mAh das Radio betreibt. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Transita 130 genauer an. Wie gesagt, ich habe es ja in beige genommen. Andere Farben sind ja erhältlich. So eine Art grün und rot. Aber beige hat mich einfach mehr abgeholt. Und war ehrlich gesagt damals auch am günstigsten. Die Neuauflage vom Transita hat natürlich auch einen Vorgänger. Und das hier ist das Original Transita von Nordmende. Ja, schauen wir uns mal an. Die Bedienknöpfe, da kann man Mittelwelle, Kurzwelle und UKW einstellen. Und den Klang ein bisschen heller und dunkler machen. Es gibt den Drehregler und so sieht das Gerät von der Seite aus. Bei dem Exemplar war die Antenne abgebrochen. Kann man immer noch kaufen. Bei Ebay Kleinanzeigen. Tja, und wenn man das als Retro-Nachbau haben will, sieht es von hinten so aus. Ich finde, das Radio ist wirklich gut gestaltet. Oben haben wir die Bedienelemente. Verschiedene Knöpfe, auf die gehen wir später mal ein. Start, Alarm, Dimmer. Man kann auch DAB-Sender programmieren und hinterlegen. Es gibt eine Snooze-Taste, dann geht das Radio automatisch aus. Die Drehknöpfe, Volume und auch Tuning. Hinten haben wir die Antenne. Das Radio ist mit einer Art Kunstleder bezogen. Und wir sehen, die Verklebung hätte vielleicht ein bisschen genauer sein können. Hinten haben wir noch verschiedene Aus- und Eingänge. Da ist der Eingang für das Netzteil, Kopfhörer, Aux-In. Und ein USB-Port, wo ich gedacht habe, da könnte man vielleicht sogar MP3s abspielen. Ist aber nicht so. Eignet sich eher fürs Aufladen von externen Geräten. Ist ja auch nicht verkehrt. Naja, und dann eine Menge Seriennummern. Könnt ihr ja auf Stop machen, wenn euch das näher interessiert. Wir haben vorne die Knöpfe. Und die sind im Prinzip genau in Anlehnung zu dem Retro-Teil. Und damit kann man die Quellen aussuchen. Wir haben DAB, FM, Bluetooth und diesen Aux-In-Kanal und das Drehrädchen für FM-Tuning. Ein Blick in die Bedienungsanleitung. Also wie gesagt, die Bedienungsanleitung, finde ich, ist echt gut aufgebaut. Die Skizzen machen Sinn, die Zuteilung macht Sinn. Und das Heft erklärt eigentlich prima, was das Gerät kann und wie man es richtig bedient. Und ich habe es ja dann kurz nach diesem Video hier, nach dem Shot, wo ich es durchblätter, verlegt und finde es nicht mehr. Aber man findet auch zum Download im Internet die Bedienungsanleitung. Und ehrlich gesagt, also das Gerät ist in der Bedienung wirklich nicht besonders kompliziert. Nun wird es Zeit, dass unser Transiter zum Leben erwacht. Und das geht recht fix. Netzteil rein. Es erwacht die Dot Matrix. Wir haben eine Dot Matrix LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung. Und ich finde, die ist eigentlich auch sehr scharf und auch ordentlich. Die Uhrzeit und das Datum, das hat sich gleich automatisch von alleine eingestellt. Da bezieht es natürlich die Information über DAB im Hintergrund. Da wird das ja alles transportiert und hinterlegt. Wir checken zunächst mal FM, also UKW. UKW hat den Bereich von 87,5 bis 1008 MHz. Und der kommt mit RDS. Man kann hier schön über das Drehrädchen die jeweilige Frequenzposition suchen und einstellen. Und das Schöne an dem Radio, das wird auch parallel auf der Dot Matrix angezeigt. Zudem sieht man immer, wie der Akkustand ist. In dem Fall wird der Akku gerade noch aufgeladen. Das Akkutyp ist ein Lithium-Ionen-Akku verbaut mit 3,7 Volt, 3000 mAh. Passt soweit. Zunächst suchen wir erstmal für DAB Plus alle verfügbaren Sender. Und die findet das Gerät auch relativ schnell. Und haben wir die gefunden, kann man zwischen den Sendern über diesen Drehregler quasi wechseln und suchen. Das geht auch ziemlich gut. Die Sendernamen werden angezeigt. Und wenn man den Sender seines Vertrauens gefunden hat, einmal gedrückt. Und das Gerät tunet sich auf den Sender ein. Wer von unserem Transitter 130 satten Stereo-Sound erwartet, den muss ich enttäuschen. Es gibt einen Monolautsprecher. Damit entspricht quasi unser Transitter seinem Originalvorgänger. Und verbaut ist ein kleiner Lautsprecher mit 5 Watt. Aber das reicht durchaus, damit das Radio einen vernünftigen Klang erzeugt. Und nun schauen wir uns mal an, wie das mit dem Bluetooth funktioniert. Bluetooth, ja, als Bluetooth-Version ist hier 4.2 verbaut. Die Kopplung mit unserem Retro-Radio ist einfach und komplett unproblematisch. Und jetzt machen wir mal eine kleine Hörprobe mit ein bisschen Krach aus Köpenick. Wie ihr hört, auch ein bisschen Rock und Dampf und Druck kann dieses kleine Radio relativ gut transportieren. Naja, es sind halt nur 5 Watt und dabei bleibt es eben. Schauen wir uns mal das gute Stück von hinten an. Also wie vorhin schon erzählt, habe ich gedacht, man könnte vielleicht über den USB-Eingang MP3s abspielen. Das kann der Transitter 130 allerdings nicht. Das konnte mein Grundig oder kann mein Grundig-Retro-Radio ziemlich gut. Hier reicht dieser Eingang nur aus, um externe Geräte aufzuladen. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Über das passende Kabel habe ich später mal mein Handy angeschlossen. Man kann also auch prima mit dem Transitter 130 externe Geräte über das kleine Lautsprecherchen hören. Wie gesagt, der Sound ist nicht bombastisch, aber er reicht komplett aus. Und jetzt schauen wir uns mal ein anderes Feature an, was ziemlich wichtig ist. Und zwar das Abspeichern von DAB-Plus-Sendern. Hier haben wir den Radio Bob und den legen wir mal auf Platz Nummer 1 und da ist er nun gespeichert. Der nächste Sender wird ausgesucht. Das ist jetzt Radio Gold. Das Gerät sucht erstmal und wenn es den Sender dann quasi gefunden hat, können wir auch den abspeichern. Und zwar hier auf Programm Nummer 2. Insgesamt kann man 10 DAB-Plus-Sender auf seinem Radio abspeichern. Und das macht es dann in der Nutzung einfacher. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr auch Radio-Fans, so wie ich? Schreib es mir doch mal in die Kommentare. Viele sagen, ja, Radio wäre tot, aber mal ganz ehrlich, das Radio ist aus unserer Gesellschaft, in unserer Welt gar nicht wegzudenken. Und so wie sein historisches Vorbild kann der Transitter auch wunderbar draußen eingesetzt werden. Der Akku soll 24 Stunden halten und ich habe ihn einmal aufgeladen und musste ihn bisher noch nicht nachladen. Also der Akku ist echt top. Ja, so wie das ganze Gerät, ich finde es echt ansprechend und kann nur sagen, das wird unser neues Küchenradio. Denn bisher hatte ich nur so eine Bluetooth-Samsung-Säule und damit kann man natürlich irgendwie schwierig Radio hören. Runter morgens Kaffee trinken und FM hören, das war mit dem Teil natürlich nicht möglich. Und das ist jetzt anders. Jetzt habe ich meinen Transitter da stehen. Passt. Ja, was habt ihr in der Küche? Habt ihr da auch noch so ein altmodisches Radio oder ein Retro-Radio mit altmodischen Features? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, das wird mich echt interessieren. Denn Radio lebt weiter meiner Meinung nach. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Film. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht's gut!